Mein Name ist Mario und ich darf euch heute hier auf dem Kanal von Helmexpress den Shark Astrack vorstellen. Und zwar habe ich euch heute hier die Fiberglas-Variante, also die neue Variante mitgebracht. Man hat sich entschlossen, neben der Carbon-Variante, die es natürlich weiterhin gibt, auch eine Fiberglas-Lösung zu bieten, um den Helm eben auch günstiger verkaufen zu können. Hier die schwarz-matte, Seidenmatte-Variante und ihr werdet, wenn wir hier rumgehen, nichts sehen als schwarz. Dementsprechend sehr zeitlos, sehr gut zu verschiedenen Motorrad- und Rollermodellen kombinierbar. Auffälligstens ist natürlich die Maske hier vorne, die mit permanenten Luftschlitzen ausgestattet ist. Hier in der Mitte, in der Nasenpartie, glänzend, genauso wie die Ohrmuscheln, in denen man übrigens das Shark-eigene Bluetooth-Intercom einbauen kann. Das heißt also, man kann sich dann mit Freunden etc. unterhalten. Kommen wir nun zur Sonnenblende. Diese hier hat den Shark-typischen, ja, diese Ecke, wo man so gut anfassen kann, sehr groß, dementsprechend auch sehr gut anzugreifen, auch mit dickeren Handschuhen. Öffnen Sie mal einmal, dann verschwindet die Sonnenblende zwischen Außen- und Innenschale. Und die ist, man kann es jetzt aufgrund des Aufklebes nicht ganz so gut erkennen, die ist leicht getönt. Die ist also nicht ganz klar, sondern nur noch so dunkler, um eben quasi den ganzen Look zu unterstreichen. Man kann hier oben, sofern man möchte, auch nochmal an den drei Druckknöpfen ein Schild anbringen, wenn man das denn möchte, so à la cross. Aber ich denke, so ist es schon mal nicht schlecht. Aber ihr habt natürlich die Möglichkeit, und das ist immer gut. So, Mikrometrik Ratschenverschluss zum einfachen und schnellen Verschließen. Hier dann der Kunstlederabschluss. Sehr schön gelöst, auch mit dem Velour-artigen hier innen. Das Ganze lässt sich natürlich rausnehmen, um es zu waschen. Dann habe ich euch schon alles zu diesem sehr individuellen, sehr aggressiv dreinschauenden Helm gesagt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit, wenn ihr euch dazu entscheidet, diesen Helm zu erwerben. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Produktvorstellung auf dem Kanal von Helm Express. Bis dahin. Ciao.